Jo Freunde, was geht da? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute hol ich euch einfach mit, äh... Zu meinem Alltag, also ich weiß nicht, was ich heute machen werde. Einfach schuld euch einfach mit und wenn es euch schwer, lasst alle einen Daumen nach. Und ja, bis es gleich. Geh, dieser, checkier uns, geh. Otterab, geh. Komm, Nisan. Komm. Nimm mich. Komm, nimm mich. Geht's? Echt? Echt? Bist du noch Zauber? Bist du noch Zauber? Ah! Okay, okay, jetzt krieg ich einen Kuss, jetzt krieg ich einen Kuss, du hast du überhaupt geschlafen. Ich krieg jetzt einen Kuss von dir, komm. Einen Kuss. Hier, Einfluss, Einfluss. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall jetzt fahren wir, ich weiß nicht, ich glaube Richtung Duisburg oder Richtung Düsseldorf, keine Ahnung. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit und ich glaube das wird ein zweiteiliges Vlog, da es uns sehr sehr lange dauern könnte. Und ja. Von uns habe ich jetzt das geholt für meine Schwester und für mich. Auf jeden Fall. Jetzt geht's auf jeden Fall los und ja bis gleich. Wie ist jetzt hier angekommen? Ich weiß nicht, dass es hier aussieht. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch so sagen. Boah, schön krass. Auf jeden Fall. Hier kommen die Kühe. Gleich. Niné. Niné. Hör mal auf. Geh einfach zurück. Wohin? Was? Krass. Auf jeden Fall, ihr könnt mir alle sehen. Wie finde ich das hier? Das ist sehr schön aus. Boah, es ist ja unnormal klein. Boah. Was machst du? Nur so. Auf jeden Fall. Ist dir kalt? Wie viele Grad haben wir gerade? Ich weiß gar nicht. Oder weniger. Ey, das ist locker 2-3 Grad. Ja, bis gleich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier, Aussicht. Auf jeden Fall. Ja, bis gleich. Und zwar wollte ich gerade sagen, dass ich gerade nach Hause fahre. Und ich glaube, hier können wir das gerade beenden. Und zwar, wenn es euch gefallen, lasst alle einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos in solcher Form sehen wollt, lasst alle einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.